hier seht ihr auch es herrscht masken pflicht ganz wichtig auch in der heutigen zeit man muss ja mit der zeit gehen ja schon wird man durch die mangel gedreht wie man sieht laut die pass auf die berliner party leute greifen nicht an ohne scheiß so sehen sie aber echt aus aber das meer ostberlin oder nicht gesagt hat er nicht gesagt schönen gruß an meine ostberliner freunde das bloß nicht vergessen ach so alles zählt dazu warte mal da war doch noch ein tür aber da komme ich wahrscheinlich nicht rein da ist ja jetzt die die alte schachtel hier jetzt einfach mal davon aus dass alt ist so okay aber wenn ich von der demo aus gehe nehme ich schon mal hier diesen da weil da kommen ja bald dann die die und die fässer kann ich bestimmt zerstören sind gute fässer und das kann ich verstehe jawohl warte mal ich mache ich muss man muss sich ja verewigen hier denke ich jedes mal jedes mal in der maiden demo genauso wie in der schloss demo trust trust in das heißt genau ach stimmt ja stimmt ja genau so geht es jedes mal denke ich das ist so eine lampe wo man ziehen muss und dabei müssen wir einfach nur kommt ja wohl das cool gemacht also wenn ich mal geld zu viel habe man weiß ja nie dann mache ich mir auch sowas wo man ins haus rein dass man das so eine tür auch nur so geöffnet werden kann dass der optimale gamersessel das sage ich euch so wie es ist extra für gamer weil wenn die mal einmal zu lang bei einer session sitzen geht es ein bisschen von der seite ein bisschen rein und vom rücken und von oben und von unten besser gesagt und schon weiß der gamer okay ich habe vielleicht ein bisschen zu viel jetzt gerade am pc oder an der konsole gesessen jetzt muss ich mal wieder ein bisschen pause machen so ihr wisst also ihr wisst vielleicht noch nicht aber laut über der horror games macht hat er ein fable inspiziert toiletten weil es gibt nicht mehr irgendwie toiletten bei jedem horror game gibt es irgendwelche toiletten und bei manchen von manchen toiletten kann man gut essen bei der würde es jetzt nicht so raten aber sie sieht eigentlich nur also ich glaube der impact wird sich drauf setzen oder impact was meinst oder der ist doch okay guck mal ein bisschen mit stroh ausgelegt so alles so war alles in ordnung oder da klebt überall getrocknetes blut jetzt kann ich es ja sagen weil der gräfisch gerade da ist das war im gräfisch sein kursheitsgürtel ja ja oder allgemein das war das ist so sein geschirr dass er öfters war angezogen hat für partys die er so da besucht hat ja kopf sprung rein ja hier seht ihr auch es herrscht maskenpflicht ganz wichtig auch in der heutigen zeit man muss ja mit der zeit gehen ja schon wird man durch die mangel gedreht wie man sieht help me brother ok ok so ok wie sieht es hier aus immer noch kopf sprung oha laut sie hast du dein berliner party outfit gefunden was sind das alles so kann man jetzt mal so war man ja immer doch mal was ist was haben wir denn da wenn man jetzt so ray tracing hätte alter verwalter das wird sich lohnen jetzt oh mein gott die schweine mal ja geschweine was scheiße auf fp 2 gedöns masken oder sowas die schweine masken sind der shit und spritzen ok ok irina gesunde appetit mir mich reiler mich reiler gesunde appetit luis gesunde appetit ingrid instabil teils übertrieben aufgeweckt ich kenne eine ingrid da passt es auf jeden fall darauf zu trend 2021 absolut es ist eigentlich traurig aber naja jetzt ist maria wurde aber mal mit der zeit dass man sich auch mal wieder erschreckt da auch schon wieder eine zeit lang her der kopf alle sich aber hier waren jetzt bisher ich glaube jetzt kommen die mond star also schön schon mal was ok ok wo wo metall ist das waren aber jetzt mal echt viel metall reste so hello ist der anybody ach guck mal da guten tag hey 1,50 m abstand halten ihr wisst bescheid es ist doch schon wobei die musik muss nicht mehr so dramatisch sein oder doch ich glaube schon hier war wieder ein kristallschädel nice die die zünden wir jetzt war ausrüsten ja die kommt schon gleich war aus dem inventar raus und wir sicher mehr brauchen sie bestimmt für was viel besseres aber egal und eben zwar gar kein kristallschädel das war der eiserne ton von game of thrones laute pass auf die berliner party leute greifen nicht an ohne scheiß so sehen sie aber echt aus aber das meer ostberlin oder nicht gesagt hat er dich gesagt schönen gruß an meine ostberliner freunde bisher bis jetzt das game in schulen und 1 bis 6 du ich fühle mich unterhalten also es könnte natürlich noch ein bisschen creepier werden also ist jetzt nicht so dass also ich habe ja noch nicht und schau der gefühl wie jetzt bei outlast oder wie bei visage oder sowas aber ich will mich unterhalten ganz ehrlich also so bisher nur zwei auf jeden fall ja wünsche die waffe wechseln also wir wollten ja rohrbombe hohbombe 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 kommt da noch einer oder bist du alleine dann nehme ich natürlich keine rohrbombe leg dich doch ein bisschen hin nein knutschen noch nicht beim ersten date geil alexa macht die tür zu und schon will sie sich sehr gut habe gehört dass nicht so viel horror bekommen soll ja ich habe auch gehört dass es im letzten drittel sogar unterstrich eines folgt jetzt der lauchy army im bros line ich begrüße dich hier auf dem love boat von lauchy mir ist nichts weseres eingefallen hallo grüß dich bei dem love boat von lauchy warum nicht ne kann man machen ja 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 ich habe schon dran gedacht und da haben sie einen termin sie wissen heute nur mit termin aber haben wir noch die rohrbombe hohbombe haben sie noch kommen ich weiß immer ja nice kann ich das schwert haben auch nö das ist jetzt aber bitte da kann ich durch krabbeln ich war hier gefühlt wahrscheinlich schon in jeder zelle jede zelle meines körpers ist glücklich gut im termin genau wie im termin richtig aber ich glaube das hat bei ihr nichts mehr gebracht oder bei ihm oder bei es bei es naja ich glaube wir müssen jetzt raus ja ich habe doch doch das loch gerade noch gesehen ich glaube safe wieder zurück wahrscheinlich ist aber auch alles so scheiße ausgeschildert da komme ich gar nicht durch schade schade war wir waren doch da war doch ein bereich wo sehr hell war genau hier ja hier der bereich war sehr hell genau genau das war ja das ende von der schloss demo ja so ja genau so wie der aussieht sagt ja auch da hilft das auch nicht mal also da hilft doch eine spritze aber dann ist auch feierabend ich bin mal gespannt wenn wir hier erstmal dafür dafür dass da den schlüssel haben dann können wir verdammt viele türen öffnen wünschen mal sagen im dorf war ja das zeichen zeichen auch also jetzt wird es richtig geil interessant weil jetzt haben wir auch tatsächlich jetzt kriegt aber auch nichts alleine geregelt oh gott jetzt haben wir die schloss demo rum jetzt haben wir die oder magen demo auch noch jetzt haben wir auch noch die dorf dem rum also rotes blut ich kenne nur kaltes klares wasser ja das sagt meine frau auch immer zu hau ab du stinkst das unter auszuformen mama gott hier ist zu Ich stopfe deine offene Kehle mit Würmern. Äh. Aua. Du Bösen, du Bastard. Schluss jetzt. Aua. Aber ich muss mal auf jeden Fall mich verbinden. Verbindlich. Sie sieht per Wumpe aus, meinst du? Hätte ich dich nur früher getötet. Aua. 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 Oh, guck mal da. Ein Kristall in der Torso. Nice. Haben wir jetzt die eine Tochter schon gekillt? Hat die erste Tochter schon gekillt? Gibt es die zwei anderen Töchter jetzt mehr zu Weihnachten? Wahrscheinlich. Oh, nett. Liebe Veganer, das ist jetzt vielleicht nichts für euch, aber... Ach, guck mal. Hier gibt es was von dem guten Wein. Die süße, ja. Schon wieder wurde eine in den Keller geschickt. Dabei hatte sie bloß die Suppe verschüttet. Jeder weiß, was einen da unten erwartet. Man kommt nie wieder raus. Sie bluten einen aus und die Seele ist dazu verdammt, durch die Gänge zu wandern. Ich war nach ihr sehen. Sie war nur Haut und Knochen und hat an einem Rattenkadaver genagt. Ich vermute, ich bin die nächste. Okay. Machen wir mal wieder ein Schlachtfest, oder was? Oh. Oh. Äh? Das sind doch aber keine Ratten. Das sind doch hier. Das sind doch Hunde, oder? Das sind doch Hunde. Hunde? Funde? Nee. Die Schwänze deuten mehr auf Ratten hin. Oder? Das sieht irgendwie komisch aus. Sind so Wehrratten. Wie Wehrwölfe, Wehrratten halt wahrscheinlich. Äh, also, äh, also was Kraftaustur betrifft, ist sie nicht verlegen. Das stimmt. Aber wieso liest du das so erotisch vor? War das eben erotisch? Oh, ich hab das erotisch vorgelesen. Spezial zu können sie... Oh, 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 oh. Nice. Wo kann ich das hier... Äh... Wahrscheinlich hier, ne? Ausrüsten. Nee, warte mal, nee, warte mal, nee, warte mal, nee, 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 nee. Wo waren das jetzt hier? Teil ausrüsten. Und dann mit dem kombinieren, oder mit dem kombinieren. Ah, Büchsema, aha, okay. Nice. Salami für alle. Salami für alle, ja, richtig, genau. Ja, ist ja schön, immer der Schluss wäre so leicht zu knacken. Ja, dann gib mir doch mal Dietrich. Ah. Okay. Sehr gut. Oh, aha. Englisch-Datue aus Holz. Aus Holz, okay. Alright. So, okay, 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 okay. Alright, okay, okay. Hier ist schön, hier ist echt schön. Hier gefällt es mir. Hier kann man Kaffeekränzchen machen. Wie, was haben die da gegessen? Götterspeise wahrscheinlich, oder? Ist Götterspeise. Es könnte natürlich auch Himbeereis gewesen sein, das geschmolzen ist. Entriegelt. Okay. Haben wir hier noch irgendwas, bevor wir... Hier ist auch noch eine Schublade. Ah. Pulver, okay. Gut, 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 gut. Nee. Müssen wir auch mit einem speziellen Schlüssel aufmachen, wahrscheinlich. So. Wow. What a mansion. So. Ach Gott, ach so. Das war ja... Aha. Stimmt. Okay. Krass. Krass. Können wir uns hier noch genau umkommen? Ja, wir waren aber schon. Hier waren wir tatsächlich schon, aber die Vase können wir kaputt machen, ne? Ja. Ja, sehr schön. Wow, what a Tür, wo die Weinflasche reinpasst. Echt? Meinst du? Meinst du? What a Tür, wo die Weinflasche reinpasst? Warte, war mal hier ist noch mal so eine Vase. Wo waren die Tür jetzt? Meinst du? Nein, die war das aber nicht. Ja, kann hier nicht verwendet werden. Oder war das, du hast bestimmt eine andere Tür gemeint. Ja, mal gucken mal. Irgendwo passt so bestimmt, irgendwo müssen wir den Wein wahrscheinlich. Oder wir müssen, wir hatten doch, warte mal, oder warte mal, hatte mir nicht, ähm, bei den Objekten, ah nee, das ist ja nur das Glas. Genau das müssen wir uns auch mal untersuchen, ne? Nicht, dass da was drin ist und wir, wir sehen das die ganze Zeit, ne? Genau wie den Tor so, den, untersuchen wir auch mal. Aber, ah, das kann man, ich denke, da müssen wir, ja, oder können wir, das sind aber Schätze, die können wir alle wahrscheinlich nur verkaufen. Howdy, Partner. Minde, äh, äh, für oben, ach, Minde, für oben, mach, so, bei dem Schätzen findet man nichts, äh, dran. Ah ja, die verkauft man nur. Aber vielleicht ist jetzt der Händler auch da? Äh? Und schon wieder so bisschen Lust? Ja. vielleicht können wir hier eine weinflusche hätte ja sein können oben oben dann quasi das kann man entriegeln genau hier gehen wir jetzt nicht mehr rein ach das war der dings mit dem kamin genau genau das war ihr ihr bett haben wir hier hier war nichts drin und ich würde sagen gehen wir mal in den zweiten stock so gar schon gehört ich denke mir dass er da drin ist für ich verwechselt das glaube ich so aber hier ist dann mal die weinstube hier könnte man das hier ist vielleicht ihr könnt man den wein hinstellen ja genau so nun aha 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 Bis zum nächsten Mal.